Moin. Moin. So, wir sind hier in Haltan unterwegs mit den Birdbikes mal wieder. Ich war jetzt relativ lange nicht mehr auf dem Fahrrad unterwegs. Die haben das hier komplett aufgefrischt, fette Doubles. Alles neu und jetzt wird ein bisschen gesendet. Timothelin! Los! Glieder sind mal. Pas auf, kracht! Pas auf! ... ... I like Dich! Geh, du geht! Adrian der Sender, ballert das jetzt. Nochmal, nochmal. So Jungs, wir versuchen jetzt ein paar 180s auf dem Sprung. Kann nicht gut gehen, aber wird lustig. Oh Jungs, das ist so scary. Ich glaube, ausfahren wird nichts mehr. Nein, nein, nein. Okay, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt schon einmal versucht. Ich glaube, das könnte gehen, ein Double Bar Spin. Ich versuche es jetzt nochmal. Ab gehts. Ja, der war gut, der war gut, der war gut. Ich versuche jetzt noch ein Double Bar. Jetzt wird das auch los. Alter, let's go! Ich grüße Tami. Grüße genau. So, so Jungs, das war es jetzt vom Video. War eine wilde Session in Haltern. Es ist dope, dass ich Double Bar Spin aufgestartet habe. Hätte ich nicht gedacht. Und ja. Und in der Videobeschreibung verlinke ich euch Adrian und Fabio. Die waren heute auch dabei. Die wollen jetzt auch mit YouTube durchstarten. Also, dringend abchecken.